Oh, was du sagst? Also, mit einem M und den zwei. Ich habe gerade so meinen neuen Merch, ist jetzt nochmal angekommen, also in schwarz und weiß. Ja, und jetzt ist es halt so, ich habe jetzt ein bisschen geguckt halt, wer schreibt denn? Ja, ich hole mir den Merch bestimmt. Dann würde ich mich halt auch freuen, wenn das nicht einfach nur so hingeschrieben ist. Und einfach nur so zu sagen, ja, das denkt ihr bestimmt, dass ich das mache und so. Also, es wäre schon cool, wenn ihr das nicht einfach so random in die Kommentare schreibt. Also, Leute, wir fangen jetzt aber auch schon mal an mit dem Spielmodus, denn der ist echt cool, muss man echt sagen. Jo. Okay. Mal gucken, wie wir uns so schlagen. Es sind echt viele Spiele. Vorhin habe ich das nur zu zweit gespielt, also es war nur ich und ein anderer. Okay. Also, hier seht ihr das, hier Robrian. Wir dürfen ihn noch nicht mal angucken. Toll, Alter. Let's play a game, shall we? No. Oh, okay. Okay, man darf nicht schreiben, wenn er redet. Ist schon ein bisschen unfreundlich, muss man sagen, ne? Also, will er jetzt nichts sagen, aber ich kann mich trotzdem mit angucken, weil ich in der 5 gucken kann. Äh, lol, er kann schreiben. Okay, Leute, jetzt müssen wir zum Beispiel jetzt hier rüberkommen. Oh, scheiße. Gar nicht mal so schlecht dran. Okay. Jetzt müssen wir zum Beispiel alle Pfeile loswerden. Ah. Ich hoffe, das ist natürlich wieder mit Perfektion. Nein. Lucky Charme. Nein. Okay. Oh, lol. Acht auf die Anvils. So, was passiert hier halt jetzt die ganze Zeit. Ich hab auch die Sounds einmal an. Alter, sind die laut. Haben wir ganz kurz leiser gestellt. So, das war eigentlich wohl ganz easy. Yellow. Oh, zum Glück. Okay. Nice. Ein paar sind runtergefallen. Blue. Das ist easy. Ich hab mich mal mittig. Yellow. Oh. Oh. Oh, zum Glück. Nice. Okay. Jump in the lava. Nein. Das. Oder? Ich konnte sogar erster sein. Ne. Nicht ganz. Choose me spook. Gott. Ist das der? Ich weiß es nicht. Ja. Das war's. Perfekt. Good job. Hey, Moritz. Okay, Leute. Wir sind, äh, zweiter. Also, ja, ungefähr. Fast jump in the lava schon wieder. Ja, wir waren nicht letzter. Nice. Go to the target. Okay, wir müssen also uns schön dahin telep- Teleport. Nein! Deadly weapon. Ach, du Scheiße. Natürlich jetzt nicht direkt mit allen biefen. Muss man ja nicht machen, ne? Ich warte jetzt erstmal ab. Ja, und dann ganz gediegen. Staub ich den jetzt mal kurz ab. Und den hin. Und der ist auch weg. Zack. Boom. Spruce Buncher. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Fuck. Okay, Sumo. Leute, wir sind zweiter. Wir sind erster. Uh. Alles klar. Diamond Finder. Na, da oben ist es doch. Da oben ist es doch. Wupp. Wupp. Nice. Okay. Yellow. Zack. Ich bin drauf. Ihr Loser. Black. Ich bin auch als erstes drauf. Ja, gut. Hab ich gesagt. Green. Müsste ich auch als erstes drauf sein. Ja, tschüss. What you say. Ach, Quats. Spreef. Oh Gott, Leute. Spreef ist ja echt nicht einer meiner Lieblingsmodi. Ich fand es früher echt geil. Aber... Okay, nice. Deadly Ball. Oh Gott, Leute. Ihr wisst, ich liebe es mit dem Ball zu spielen. Hust, hust nicht. Nein. Ich bin fast low. Ich bin sehr low. Ja, ich bin down. Tree Dropper. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, das Falsche. Oder? Nein, das war das Richtige. Geil. Ich hab's nicht abgebaut. Oh, jo. Ja, nice. Wow. Okay. Und jetzt müssen wir uns nach oben bauen. Ich bin, glaube ich, sogar recht weit oben. Wie weit hoch? Ah, okay. Okay, einfach nur so. Bis zu dieser Höhe. Leute, TNT. Einfach in der Mitte stehen lassen. Dann stirbt ihr da. Hä? Hä? Was ist denn mit euch los? Oh, what you say? Lol. Dachte er und stirbt. Ey, das ist so lächerlich. So, ich bleib jetzt einfach hier stehen. Das lüfte doch eigentlich. Okay, hier steht nochmal einmal. Nice, okay. Snowballgun. Okay. Hä? Okay. Alles klar, Digga. Was ist das? Okay, man muss irgendwas... Einen Kuchen. Ach Gott, das wissen wir doch alle, wie man einen Kuchen backt. Leute, natürlich wissen wir das. Hehe. Ja. Ah doch, da unten ist es. Ich bin jetzt gerade Diamondfinder. Oh nein, ich kann keine Diamanten finden. Man muss mal überlegen, das kann hier jeden Block sein. Hä? Es findet einfach keiner den Diamanten. Wenn wir auf der Löcher mal vor, die würden einfach so aus Trolle-Loll-Gründen einfach keinen Diamanten. Okay. Komm. Durchziehen, 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 durchziehen. Haben wir es doch. Dining Tool. Nice. Huh, da habe ich einen. Ja, nein. Nice, ich habe hier mal gekillt. Lol. Und noch einen. Jetzt ist es mein Lieblingsspiel. Oh, los, kein Spaß. Leute, es gibt im Moment keine so viele Streams, weil ich keine Zeit und wenn man krank ist, hat man auch nicht die größte Lust dazu, weil, als ich Video aufnehmen, geht klar, völlig, aber drei Stunden lang am Stück streamen. Sorry, Leute. Da habe ich gar keine Lust drauf. Nice. 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 Lappen. Atom. Oh, lol. Glowstone. Was muss ich bauen? Eine Glowstone-Latenten, denke ich mal. Äh. Äh. So, warte. Ah ja, okay. Jetzt bleibe ich aber hier ganz gediegen stehen. Habe ich meinen Gegner abschießen? Nein. Also, mein Schieß einfach mal ganz gediegen, die ganze Zeit einfach nur dagegen. Äh. Ich habe jetzt langsam auch Husten bekommen, was mich ziemlich abfuckt, weil ich hasse Husten. Nice. Ich habe gewonnen. Hey, Moritz. Hey, Moritz. Römmel. Ja. Nice. Ich habe gewonnen. Woo. Danke, Hero, Brian. Ich bin nicht tot. Jetzt die Anne. Jetzt. Achtung, Leute. Jetzt werden die anderen nämlich schön gekillt. Left it. Komm, ihr mit. Leute. Das war's von diesem Video. Ich dachte, wenn man gewinnt, wird man nicht gekillt. Mama. Holle rein. Und ciao. Das war's von diesem Video. 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 Für die Leidens